Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Das MTO Open in Biel hat begonnen und ich bin dabei. Ich hatte es ja schon mehrmals angekündigt. Ich spiele mal wieder nach über zwei Jahren ein offenes Turnier. In der ersten Runde traf ich auf einen Spieler aus Indien, Akshit Kumar J. Elo2103. Ihr seht es, kein bekannter Name, auch kein junges Talent oder so. Anfang 20, ich weiß es nicht. Und wie immer, in der ersten Runde geht man so ein bisschen blind rein. Die Runde wird kurz vorher ausgelost und ja, man beginnt das Turnier. Man weiß nicht so ganz, welche Eröffnung aufs Brett kommt. Er startet mit E4, C6, Springer C3, D5, also Karu Kahn hier, Springer F3, die zwei Springer Variante. Ich habe mal hier, also ganz solide ist hier D, E4, Springer E4, Springer F6. Hier zum Beispiel Dame E2, Springer E4, Dame E4, Dame D5. Das habe ich mal gegen Großmeister gespielt. Bei meinem letzten offenen Turnier in Prag vor zwei Jahren und damals Remi ist halt eine sehr solide Variante, aber man kann damit kaum auf Gewinn spielen mit Schwarz. Und gegen einen 300 Punkte nominell schwächeren Spieler möchte ich natürlich auf Gewinn spielen und spiele hier Läufer G4. Das ist so der wahrscheinlich kritische Zug hier. H3, Läufer F3, Dame F3, E6. Das ist hier eine Grundstellung in dieser Variante. Weiß hat hier viele Möglichkeiten. Mein Gegner wählt hier D3. Okay, Springer D7, Entwicklung des Springers. Hier habe ich gehofft jetzt, dass er auf Lange Rujare geht. Sowas wie Läufer D2 hier. Dann geht es weiter mit Dame B6 oder Lange Rujare und hier D4. Genau. Und dann wird es spannend wegen der Lange Rujare. Dann kann ich hier schön attackieren, hier den A-Bauern laufen lassen. Es gibt hier Motive, oder Läufer B4 dann oder C5 und dann den Springer nach C6 bringen. Da kenne ich ein paar Sachen, aber leider spielte er nicht so. Er spielte ganz solide mit Läufer E2 hier. Und hier war ich schon aus dem Buch. Ich konnte mich auch gar nicht mehr erinnern, was ich mir jemals mal hier angeschaut habe. Das ist auch nicht besonders theoretisch. Ich habe jetzt Läufer C5 gespielt. Das ist aber schon eine Ungenauigkeit aus einem ganz simplen Grund. Ich meine, als ich den Zug gemacht habe und auch vorher, als ich den angedacht habe, dachte ich mir so, hm, was machst du denn auf Dame G3 mit Angriff auf G7? Ich wollte hier den Bauern opfern mit Springer E7, Dame G7, Turm G8, Dame H7, Turm G2 und Angriff auf F2. Wollte mal wieder zockern hier, aber der Computer lacht sich kaputt und sagt, das ist einfach schlecht. Läufer AH5 gegen Angriff hier und Turm F2 funktioniert hier schon nicht. Wegen Dame H8 einfach, Springer F8 und Läufer H6 vermutlich. Ne, D4. Achso. Ja, April, April. Dann ist eine ganze Figur weg, ne? Ja, das ist Quatsch. Das geht alles gar nicht, was ich machen wollte. Dementsprechend ist hier auch Läufer D6 der bessere Zug, um Dame G3 zu verhindern. Und dann Springer E7 oder vielleicht sogar Läufer E5, um D4 zu kontrollieren. Die Stellung ist strategisch schwierig zu behandeln, finde ich. Läufer C5 sieht aus wie ein normaler Entwicklungszug, aber Dame G3 würde weiß hier wahrscheinlich schon leicht einen Vorteil geben. Mein Gegner spielte aber sehr schnell lang, äh, kurze Hochade. Da war ich froh. Springer E7, Turm D1. Mhm. Der Zug ist tatsächlich sehr gut. Ich dachte während der Partie, aha, Turm D1. Ähm, ja, die Idee ist offensichtlich. D4 hier. Und ich verhindere das selbst mit eigenem D4. Okay. Springer B1. Da sieht alles ein bisschen seltsam aus, was Weiß macht. Das ist aber strategisch richtig. Ähm, durch D4 hat Weiß jetzt natürlich hier eine schöne Kette. Er will die Dame zur Seite ziehen und F4 spielen. Und der Springer kommt über D2 wieder ins Spiel. Hier war ich mir absolut, ja, Springer G6 erstmal, das ist klar. Dame G3 ist auch klar. Und Weiß bereitet jetzt F4 vor. Hier war ich mir überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht, äh, sicher, was ich spielen soll. Ehrlich gesagt. Mhm. Ich hatte hier interessante Motive gesehen mit H5. Solche Ideen. Mir war aber nicht geheuer, war mir aber nicht geheuer nach F4. Hier, die Engine sagt, das ist spielbar. Aber ich, ich weiß nicht so ganz, wie ich fortsetzen soll mit Schwarz. Ähm, ehrlich gesagt. Und die Schwächung, äh, des Königsflügels könnte sich auch als negativ, äh, bemerkbar machen. Die Engine sagt hier sowas wie Dame E7. Oder Läufer D6. Läufer D6 verstehe ich noch. Den Bauern fesseln, E5 provozieren, zurückgehen und dann halt irgendwann den E5 attackieren. Vielleicht auch Dame H4 hier, nehmen, nehmen und dann Springer nach F5. Aber ganz schwierig, wenn man das vorher nicht analysiert hat, zumal man sich ja schwächt. Ich habe jetzt hier einfach die Ruhade gewählt. Sieht für mich auch, ja, normaler Zug halt. Aber hier war ich mir nicht sicher, was mache ich überhaupt nach F4. F4 ist hier der beste Zug. Der ist ja auch sehr logisch. Stockfisch beeindruckt das nicht. Er sagt, mach A5, greife auf der anderen Seite an und beziehungsweise gewinne Raum. F5 ist sowieso kein Problem, weil es das Feld E5 immer gibt. Aber ich kann mit der Stellung nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Ich verstehe den nicht so gut. Ähm, er spielt aber Springer D2. Springer D2 ist ein bisschen langsam. Denn ich kann E5 machen und das Feld F4 kontrollieren. Er kann jetzt kein F4 machen und ich drohe Springer F4. Er spielt aber sehr stark jetzt weiter mit Springer F3. deckt das Feld F4. Und hier habe ich einige... Moment! Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Hier gibt es einen sehr starken Zug für Schwarz, den ich leider übersehen habe. Sehr dynamisch hier. Und zwar F5. F5 ist sehr stark mit der Idee F4. Und dann die schwarzen Felder mega kontrollieren. Raum Dame D7, Turm E8. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ich habe aber F5 leider überhaupt nicht gesehen hier. Schade. Schöner dynamischer Zug. Okay. E5. Springer F3. Und hier habe ich die Stellung überhaupt nicht gerafft. Im Nachhinein betrachtet. Ich mache Dame E7. Das ist schon sehr ungenau. Und ich habe jetzt überhaupt nicht die Züge kommen sehen von Weiß. Dame E7. Ich wollte den Läufer decken. Meine Hauptidee war Läufer D6. Das geht aber nicht wegen Springer schlicht D4. Na? Na, geht einfach nicht. Ist einfach ein Bauer weg. Deswegen Dame E7. Läufer decken, Türme verbinden. Das sieht eigentlich alles okay aus, dachte ich mir. Jetzt kommt aber ein ganz, ganz starker Zug von Weiß, den ich völlig unterschätzt habe. H4. H4. Überhaupt nicht kommen sehen. Hier mit H5 und so. Ich spiele Läufer D6 zurück, um das Feld F4 zu kontrollieren. Auf H5 möchte ich Springer F4 haben. Ihr seht, der Balken zeigt hier schon einen Vorteil für Weiß. Und Dame H3 ist sehr stark hier. Es droht H5, Springer F4 geht nicht so richtig wegen Läufer F4, E4, Springer D4. Da hängt der Bauer da. Und nach Turm E8. H5, Springer F8. Springer H4 und der Springer kommt nach F5 eventuell. Alles nicht so schön hier für Schwarz. Und G3, F4 hat Weiß dann auch. Okay, ich habe Läufer D6 gemacht. Turm E1. Er deckt den Läufer da hinten. C5. Ich sichere das Zentrum weiter ab. H5. Springer F4. Und jetzt kommt Springer H4. Jetzt kommt der Springer nach L5 hier rein. Unangenehm. Das einzig Gute war, dass mein Gegner relativ langsam gespielt hat. Ich hatte immer mehr Zeit auf der Uhr. Aber hier wurde mir irgendwie schwante mir Böses. Tja, ich spielte jetzt hier Turm E8. Das gefällt der Engine auch nicht gut. Springer F5, Dame F6. Dame G4. Sau stark spielt mein Gegner jetzt hier. Ist aber auch logisch der Zug. Er droht hier G3 oder Läufer F4. Es gibt hier Abzüge zum Springer hin. Springer H6 Schach eventuell. Und hier sah ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. König A8 ist noch der beste Zug hier laut Engine. Und die Engine verteidigt sich hier ganz vernünftig. Sofort weggehen. Ich dachte hier G3 wäre ein Problem. Ne. Ich dachte hier Läufer F4 wäre ein Problem. E F4. Und jetzt Springer schlägt G7. Dame G7. Und hier Dame D7. Und in der Tat, das ist gut für Weiß. Aber die Engine sagt in dieser Stellung hier, Turm E D8 in aller Ruhe. Und dann hier so ein Gegenangriff starten mit Springer E5 und dann Turm G8. Habe ich leider nicht gesehen. Die Stellung ist wirklich gar nicht so schlecht für Weiß. Also Springer F5 zum Beispiel. Turm G8 hier. Dame H3. Turm G5. Jetzt kommt der nächste Turm. Ja, hier den Bauern hätte ich hier gerne gegeben. Das habe ich aber leider nicht gesehen. Shit. König A8. Ich Springer F8 stattdessen. Und nach G3 Springer E2 Turm E2. Sagt Stockfisch 15, dass hier Weiß schon auf Gewinn steht. Ich muss gestehen, ich habe das auch so ein bisschen geahnt hier, dass Weiß auf Gewinn steht. Es droht hier allerlei. Es droht hier Läufer G5 und sowas. Ich spiele G6. Habe nichts Besseres gesehen. Die Stellung wird immer schlechter. Läufer H6. Mein Gegner hat zum Glück ein bisschen in Zeitnot. Die Engine macht hier F4 und gibt hier Riesenvorteil für Weiß. Plus 3. Okay, Läufer H6 sieht aber auch nett aus. Läufer C7. Ich ziehe den Läufer zurück, weil ich Springer E6 spielen wollte, damit der Läufer nicht hängt. F4. Sieht gut aus. Springer E6. Okay. Ich will jetzt nicht jeden Tag auf die Goldwaage legen. Es sind viele Fehler, viele Ungenauigkeiten auf beide Seiten. Turm F1. Das sieht vernünftig aus. Hier sagt die Engine nach König A8. Ist der Vorteil gar nicht mehr so groß. HG6. FG6. Normale Züge. Springer H4. Wir waren jetzt beide mehr so ein bisschen in Zeitnoten. Mein Gegner noch mehr als ich. Er hatte, ich weiß nicht, zwei Minuten. Plus 30 Sekunden natürlich immer. Bis zum 40. Zug. Ich weiß, welcher Zug ist das? 26 jetzt hier. Ich hatte vielleicht die doppelte Zeit. Doppelte Menge an Zeit. Turm G8 gespielt. Auf die G-Linie hier. Wenn er F5 spielt, kann ich halt nehmen. Das war die Idee. Er spielt aber ganz stark Läufer G5. Man muss sagen, er hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. So bestimmte Phasen der Partie. Das wird sich noch ändern. Springer schlägt G5. Es gibt keinen anderen. FG5. Und hier, ich dachte, hier sah ich, dass ich auf Verlust stehe. Ich habe damit B6 gespielt. Das ist ein Bluff. Ich greife B2 an. Das ist aber Käse. Turm F7. Er lässt sich nicht beirren. Kommt rein. Turm AF8. Der andere Turm nach F2. Schlagen, schlagen. So. Er steht super aktiv drin in meine Stellung mit dem Turm hier. Die Dame hier rein. Wir werden noch sehen. Springer G6 ist gleich eine Drohung. Jetzt habe ich mich zusammengerissen. Dame D6. Verteile ich hier noch viele Felder. Dame H3. Es droht hier. Turm schlägt H7. König A7. Springer F5. Matt. Deswegen Turm G7. Deck die siebte Reihe. Dame C8 Schach. Hier übrigens gewinnt Weiß sehr einfach. Wie gewinnt hier Weiß? Könnt ihr mal versuchen zu finden. Wie gewinnt hier Weiß? Relativ einfach. Ja, nicht Dame C8 Schach. Ne, das hat er gemacht. Dame C8 nicht. Das ist ein Fehler. Turm F6 einfach. Total simpel. Dame irgendwo hin. Und dann Springer G6 Schach. Turm G6. Turm G6. Qualität mehr. Bauer mehr. Das ist easy. Das hätte ich definitiv verloren. Hat er leider nicht. Hat er zum Glück nicht gesehen. Ich aber auch nicht ehrlich gesagt. Er spielte Dame C8 Schach. Er spielt sehr forciert. Läufer D8. Best dazu. Zwischenstellen. Hier dachte ich ehrlich gesagt Turm G7. König G7. Dame B7 Schach. Ja. Aber hier gibt es noch Dame E7. Dame E7. Läufer E7. Springer F3. Und dieses Endspiel sollte verloren sein. Ja. Ich denke, dass hier Weiß mit guter Technik das Ding nach Hause schaukeln sollte. Wobei ich 100%ig mir nicht sicher bin. Der König läuft nach E6. Der Bauer G5 ist schwach. Naja. Egal. Hat aber nicht gemacht. Er spielte Turm F6. Greift meine Dame an. Der will unbedingt im Angriff gewinnen. Dame C7. Bester Zug. Turm F8 Schach. Und der nächste Fehler von ihm in Zeit. Hier kann ich mich verteidigen. Wenn er stattdessen Dame E6 macht, dann dominiert er mich hier. Dann habe ich kaum noch Züge. Dame E7. Dame D5. Und alle seine Figuren sind aktiv. Und das wird irgendwann gewinnen für Weiß. Stattdessen spielt er sehr forciert. Turm F8. Kann ich aber abwehren. Turm G8. Turm G8. König G8. Und hier Dame E6 Schach. Und das hatte ich schon gesehen. Hier habe ich zum Glück Dame F7. Wahrscheinlich sollte er jetzt Dame G4 spielen und das minimal bessere Endspiel weiterspielen. Wobei ich vermute, dass das hier Remi ist. Er nahm aber den Bauern auf E5. Und hier kommt Läufer C7. Und plötzlich dreht sich hier die Geschichte. Die Stellung ist Remi, wenn er auf C5 nennt. Läufer G3. Und hier Dame D4. Läufer H4. Also die Dame deckt F2. Und jetzt Dame C8 Schach. Das ist Dauerschach. Hier oder hier. Das ist die Zugwiederholung. Das Remi. Er hat aber Dame D5 gespielt in Zeitnot. Er hatte wirklich keine Zeit mehr. Nur noch 30 Sekunden oder so. Und das hier ist etwas besser für Schwarz. Das Endspiel plötzlich. Schlagen. Schlagen. Läufer G3. Springer F3. Und jetzt ganz wichtig. Läufer F4. Greift hier den Bauern an. Und deckt D2. Damit der Springer nicht über D2 nach E4 kann. Und jetzt spielt nur noch einer aufgewinn. Das ist Schwarz. Plötzlich. Warum? Ganz einfach. Der Läufer greift diesen Bauern an hier. Und wenn mein König hier in die Mitte kommt, dann greift er den D5 an. Deswegen spielt er C4. Ich schlage en passant. Bc3. Und B5. So. Jetzt rollen wir den Bauern am Damenflügel hier. C4 spielt er. Okay. B4. Das ist aber sehr riskant, wer da spielt. Weil jetzt habe ich eine klare Gewinneidee. Nämlich hier einen Freibauern schaffen. Deswegen König F2. Er kommt mit einem König näher. A5. König E1. Und das ist übrigens ein Verlustzug. Das habe ich lokal analysiert. Die Engine hier auf Chess.com kommt nicht so schnell nach. Hier kann Weiß Remi halten mit D4. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Ich dachte, ich gewinne hier mit A4. Es geht aber weiter mit DC5. B3. A B3. A B3. C6. B2. Und hier gibt es Springer D2. Ich kann nicht schlagen wegen C7. C8. Also König F7. Und hier Springer B1. König E7. C5. König. Naja. Es ist ausgeglichen hier. Auch wenn ich Läufer schlicht G5 mache. D6 hier. Diese Stellung ist ausgeglichen. Wobei ich sagen muss, das ist so leicht nicht für Weiß das Remi zu halten. Der Computer zeigt hier ausgeglichen an. Der Springer ist ja außer Spiel hier. Um es kurz zu machen. D4 hält wohl das Gleichgewicht. Aber mein Gegner spielte König E1. Und das ist auch der Zug, den ich erwartet habe. Und nach A4 steht Schwarz wahrscheinlich auf Gewinn. Ich drohe natürlich jetzt B3, A B3, A3, A2, A1. Deswegen König D1. Der König kommt näher. Jetzt bringe ich meinen König ran. König F7. Das ist ein sehr interessantes Endspiel hier. Ich war mir nicht sicher, wie ich gewinne, wenn er einfach abwartet. König C2. Ich denke mal, dann muss ich irgendwann... Ich laufe mit dem ganzen Schachs rausgehe. Und dann spiele ich H6 irgendwann. Gehe H6, Läufer H6 und schaffe hier einen Freibauern. Aber ganz wichtig ist, dass mein König irgendwo ganz weit weg steht, damit der Springer nicht irgendwelche Gabeln hat. Und Weiß kann in der Zwischenzeit gar nicht so viel machen. Mein Gegner aber spielte auch hier sehr forciert, nämlich D4. Hier gewinnt Schwarz. Also A gewinnt B3. Das ist aber schwierig. A B3. A3. König C2. Schlagen auf D4. Springer schlägt. Läufer BG5. Und dann droht Läufer F6. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe einfach auf D4 genommen. Springer D4. Läufer G5. So, hier dachte ich mir, das muss doch gewinnen für Schwarz. Und das ist auch gewonnen. Er spielt C5. Er hat hier natürlich zwei schöne Freibauern und einen schönen Springer. Und darauf beruht seine ganze Hoffnung. Es ist hier nebenlösig. Schwarz hat verschiedene Wege zu gewinnen. Läufer E3 habe ich gespielt. So, der Springer darf nicht weg wegen Läufer C5. Deswegen C6. Es droht C7. König E7. Ich komme näher. Springer E6. Auch hier gibt es verschiedene Züge. Wahrscheinlich gewinnt hier B3. König D6 könnte gewinnen. Aber dann muss man halt auch C7 berechnen. Okay, ich habe Läufer B6 gemacht. Ich glaube, Läufer B6 ist technisch nicht der Beste, aber egal. C7 droht C8. König D7. D6 deckt den Bauern. Ich kann natürlich nicht schlagen, den Springer. Wegen C8. Und hier König C8. Ich gehe aus dem Schach raus hier. König C8. Das hatte ich alles auch vorher bei Läufer E3 berechnet, auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Ich hatte hier bei Läufer E3, ich hatte auch wirklich genug Zeit. Ich hatte noch über 20 Minuten Zeit nach der Zeitkontrolle. Ich habe mich versucht zusammenzureißen. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, nach 4 Stunden oder nach 3-4 Stunden sich zusammenzureißen und tief zu rechnen. Und ich habe hier bei Läufer E3 versucht, sehr tief zu rechnen. Ich hatte das alles bis hierhin berechnet. Bis hier. Und dachte nach Springer F8, das muss doch gewinnen für Schwarz. Ich hatte zwei Ideen hier. A, G5. Einfach. Und die andere Idee war Läufer G1, Läufer H2. Ich hatte aber hier nur noch 15 Minuten auf der Uhr und jetzt wurde ich langsam nervös. Tatsächlich gewinnt hier Schwarz auf verschiedene Art und Weisen. Läufer G1 ist ein Fehler hier. Ich zeige euch mal lieber, wie man gewinnt. Läufer D4 zum Beispiel gewinnt. Hier gibt es natürlich den Zug D7. König schlägt C7, Springer E6, König D7, Springer schlägt D4. Aber Schwarz hat zu viele Bauern hier. Und das gewinnt. Eine weitere Zug, der gewinnt, ist Läufer E3, Springer H7, Läufer F4, Springer F8, G5, Springer E6. Und hier B3. A, B3, A3. Und hier gibt es ein ganz wichtiges Motiv. König C2. Und hier Läufer E5. Gewinnt ein ganz wichtiges Tempo. Geht aus dem Angriff raus und droht A2, A1. König B1, G4 und der Bauer läuft. Also Läufer E3 war eigentlich ein sehr sauberer Gewinn eigentlich. Ich hatte von Weitem immer G5 als meinen Gewinnzug gesehen und der gewinnt tatsächlich auch. G5. Springer schlägt D7, G4. Aber G4 ist ein Fehler. Und hier war ich nicht mehr in der Lage, den Gewinn zu berechnen leider. B3 gewinnt jetzt hier, aber nicht so einfach. A, B3, A3, König C2 und auch hier wieder Läufer D4. Es droht A2, A1. Also König B1 und jetzt König G4. Springer F8. Hier muss man vorsichtig sein. Es gibt hier eine Gewinnidee für Weiß. Die lautet Springer G6, Springer E7, Schach, C8 Dame. Deswegen Läufer E5 hier. Und dann schlage ich einfach den D6. Und der Gbauer läuft jetzt durch. Schade. Habe ich nicht gesehen. So. Was habe ich gespielt? G5, Springer A7. Ich habe G4 gemacht und das ist jetzt Remi. Springer F6, G3. Springer D5 greift meinen Läufer an. Ich hatte das alles vorher schon berechnet. Bei König C8 hatte ich das alles berechnet. Und hier dachte ich mit Läufer C7 gewinne ich. Zuerst. Aber hier hat Weiß einen schönen Remi-Weg. Natürlich kann er nicht einfach schlagen wegen G2, G1. Dame. Springer E7, Schach. König D7. D schlicht C7. Das droht C8 Dame. König schlicht C7. Und jetzt Springer D5. Uff. Schach. Ein schöner Remi-Weg übrigens. König D6. Springer E3. Der Springer hält den Bauern auf. Und ja. Den Rest sparen wir uns. Die Partie endet Remi. Man tauscht hier die Bauern natürlich. Und dann hat Weißen noch einen Springer. Und der Springer hält natürlich den Bauern. Ich bin natürlich zu langsam hier. Der Springer kann ganz alleine auch den Bauern aufhalten. Also der Weiß opfert den Springer halt. Und auch das Bauernentspiel ist Remi. Wenn man A3 spielt, B3 und der König dann sich auf A1 versteckt, dann ist es hat, wenn der schwarze König auf C2 auftaucht. Das hatten wir am Ende auch. Okay. Kein berauschender Auftakt beim MTO Open. Remi gegen einen nominell deutlich schlechteren Spieler. Natürlich hätte ich mir gewünscht mit einem Sieg zu starten. Was soll's. Letztendlich war das Remi aber auch glücklich. Man bedenkt, dass ich zwischendurch glatt auf Verlust stand. Zum Dank bekomme ich morgen einen weiteren jungen Inder. Elf Jahre alt. Wobei der kommt aus den USA. Hat aber nicht so viel ELO. 2040 oder sowas. Also jetzt kein Supertalent oder so. Mit Weiß. Mal schauen, ob ich dann die Partie wieder analysiere. Morgen ist auch wieder ein bisschen Keime am Start. Die hatten heute einen Ruhetag beim GMT Triathlon. Deswegen müsste mit meiner Analyse hier mit dieser Wahnsinns Partie vorliegen. Alles klar Leute. Haut rein. Checkt auch gerne meinen anderen Kanäle aus. Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Macht's gut. Bis dann.